1.000 Euro gebe ich. Für ein Bild gebe ich 1.000 Euro. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer von Katja Krasovic. Es gibt viele schöne Stellen, weißt du? Katja Krasovic. Oh, okay. Das ist die Nummer. Scheiße. Was ein angenehmer Tag, Leute. Ich würde sagen, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Folge, wenn du Berliner bist. Kahn kommt gleich rein hinter der Kamera. Danke fürs Fahren. Tschüss. Ich würde sagen, Freunde, heute eine Folge, wenn du Berliner bist. Es ist das gleiche, wie wenn ich du wäre oder wenn du Eier hast. Wir haben einfach Bock drauf und machen es einfach. Und deswegen würde ich sagen, ich gebe dir jetzt die erste Aufgabe, Dicker. Bist du bereit? Ich gebe dir die erste Aufgabe. Ich gebe dir die erste Aufgabe. Dicker, guck mal, Leute, er ist auf meinem Kanal. Er muss sich heute beweisen. Deswegen gebe ich Ihnen die erste Aufgabe. Okay, schieß los. Okay, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen weiter weg. Und dann gebe ich Ihnen mal eine Aufgabe. Okay, los. Ich gebe dir jetzt deine erste Aufgabe, pass auf, Kahn. Und zwar... Siehst du diesen Info-Stand hier? Ja. Weißt du, was du da machen musst? Was? Dicker, du musst dich einfach vor die Tür stellen, ja? Und du musst die Cutie spielen, Dicker. Du darfst niemanden reinlassen, Dicker. Okay, Dicker, komm. Ziehst du durch? Ja. Junge. Komm. Sorry, sorry. No entrance, because Justin Bieber is in the bag. No entrance, because for one hour Justin Bieber is inside. Hallo. Hallo. Wo wollen Sie hin? Ich will hier nach Flyern und Prospekten gucken. Achso. Hinten ist gerade Justin Bieber, deshalb müssen Sie 10 Minuten ungefähr warten. Und, ja, deshalb... Mach ich für Justin Bieber. Dicker, war okay. Ich sag mal so, war okay, Dicker. Du hättest noch mehr durchziehen können. Dicker, wenn du Berliner bist, ist die Serie. Verstehst du? Beweis dich, Dicker. Beweis dich. Verstehst du? Jetzt musst du dich beweisen. Dicker, okay, Dicker. Erzähl mal. Deine Aufgabe ist es jetzt. Du siehst ja hier diese Fahrräder dort, wo die Touristen so rumkutschieren, weißt du? Ja. Du fährst damit einfach weg. Ja, ich kann nochmal nicht wegfahren. Auch wenn er dich erwischt, so du versuchst, ein bisschen weiterzufahren, redest ein bisschen mit ihm, so, ja, I'm a tourist, so, du nervst ihn einfach ein bisschen. Bist du dabei? Bist du ein Berliner? Das ist zu heftig, ja. Das ist zu heftig? Ja, ich stehe durch, ja. Ja, Mann. Ja, oh. Oh, shit, Leute, leider ist hier die Aufnahme weg. Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, er soll sich jemanden suchen, der ein Skateboard hat und sich dann das Skateboard nehmen und damit wegrennen. Seht einfach selbst. Boah, dicker, ich kann nicht mal Skateboarden. Jetzt fliege ich hier noch auf die Fresse, ey. Egal, ey, guckt einfach. Cool Bike. Cool Bike. Egal. Okay, okay, es ist weird für YouTube. Just, I'm just joking, man. Sorry, man. But it's a cool bike, man. It's a cool bike. Okay, okay, perfect, man. Oh, dicker, richtig fresh, ja. Auf jeden Fall schon mal viel besser als davor, aber, dicker, es wird noch härter. Ich sag mal so, es wird noch härter. Ich habe noch was richtig Geiles vorbereitet, aber gib mir erst mal jetzt meine Aufgabe. Also, ich habe eine Flasche vorbereitet für dich, die du mitnimmst auf Toilette und dann pinkelst du so richtig und dann, und dann musst du auf jemanden so raufspritzen, ja. Die so spritzen, so ein richtigen Toilette-Trank, dicker, Toilette-Trank. Bist du dabei? Dicker, ist ein bisschen asozial. Dicker, ist einfach. Dicker, ist schon asozial. Komm, komm, dicker, hau rein. Dicker, aber ist nicht asozial. Du kriegst das hin, Mann. Und los geht's, dicker. Oh, egal, dicker, ich zieh durch. Ja, Mann. Mann, ich will Netflix und schön, ich schreib dich an und hoffe, du bist dabei. Dicker, war auf jeden Fall krass. Dicker, ich musste sogar, als ich die Kamera gehalten habe, musste ich selbst lachen. Tschüss, dicker, ich habe eine richtig geile Aufgabe für dich als nächstes. Ja, pass auf, dicker, pass auf. Ich habe was mitgebracht. Drei, zwei, eins. Was ist das? Leute, gönnt euch, dicker, gönnt euch. Schminkzeug, dicker. Ich werde dich jetzt schminken. Und pass auf, dicker. Ich werde dich nicht nur schminken, sondern wir gehen ein bisschen ins Einkaufszentrum und wir laufen ein bisschen rum und so, haben einen schönen Tag, gib es Bescheid. Ohne Scherz, du übertreibst wieder. Du musst durchziehen, Dicke, komm mal, ziehst du durch, Dicke? Du wirst sehen, Dicke, du kriegst, Dicke, ich meine, komm. Du wirst aber sehen, ey. Setz dich schon mal hin, Dicke. Das geht gar nicht klar, ohne Scherz. Die Aufgaben, die jetzt kommen, du wirst sehen, ich werde auch übertreiben. Dicke, wir fangen mal hier an, ja? Dicke, wieso machst du meine Augenbrauen? Dicke, oh, tschüss, Dicke. Okay, reicht jetzt, mach das andere und dann ist fertig. Nein, Dicke, ist noch lange nicht fertig, Dicke. Chill mal, ist noch lange nicht fertig, Dicke. Reicht das jetzt? Krassere Aufgaben kommen, wenn du so machst. Oh mein Gott. Nein, du darfst noch nicht gucken, warum guckst du? Du guckst erst am Ende, Dicke. Sika, was hast du getan? Was hast du getan? Bro, das reicht dir jetzt, guck mal, wie ich ausdehe. Nein, Dicke. Das kriegst du nicht mehr ab. Das tut schon ein bisschen weh. Was machst du da? Dicke, ich gucke, was ich mache. Schöne mal. Okay, reicht jetzt. Nein, schöne mal, Dicke. Hör mal her, Dicke. Komm mal her, Bruder. Komm mal her, bist du bitte? Okay, du machst das nicht. Hör mal her. Hör auf, reicht jetzt? Nein, ich habe nichts gemacht, Dicke. Ich muss ein Herz machen, Dicke. Ich habe ein Herz gemacht. Was für ein Herz? So, nur ein Herz, Dicke. Ist doch alles gut. Ich denke, das reicht, Dicke. Komm mal her, nein, nein. Dicke, ist doch nicht dein Ernst. Ohne Schäden. Zeig mal in die Kamera. Zeig mal in die Kamera. Nein, Dicke, nein. Du bist da unlustig. Nein, Dicke, was machst du denn? Dafür müsst ihr alle Hashtag Snape reinschreiben, weil er hat nicht richtig durchgezogen. Bro, wie fühlst du dich so? Dicke, ich will jetzt einfach auf Toilette gehen. Nein, 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 nein. Ey, ich weiß gar nicht, wo die Toiletten sind. Jena auch nicht auf Toilette, Dicke. Komm mal mit. Doch, man, Bro. Nein, nein, nein. Ohne Spaß, Dicke. Ohne Spaß. Ich meine es ernst, Dicke. Wenn du jetzt abbrichst, Dicke, dann bist du auch nicht mehr dabei bei der nächsten Folge, Dicke. Ey, übertreibst du dich? Nein, ich meine es ernst. Dicke, wir gehen jetzt erst mal zu Wonder Waffle. Ich gehe doch nicht zu Wonder Waffle essen, Dicke. Doch, wir gehen zu Wonder Waffle essen, Dicke. Ich gehe doch nicht zu Wonder Waffle so hin. Okay, du bist da nicht mehr dabei, Dicke, bei der nächsten Folge. Dicke, ich meine es ernst, Dicke. Meinst du es echt? Ja. So, ich gehe jetzt things up? Nein, Dicke, du musst durchziehen. Dicke, entweder du kommst jetzt oder nicht. Boah, ich muss das jetzt waschen. Machst du jetzt ab oder nicht? Komm, Dicke, nein, ich mache nicht ab. Ich habe Eier, Dicke. Ja? Ja. Okay, schon wieder. Okay, Bro, bist du bereit? Wir bestellen jetzt was. Wäre gar nicht lustig. Du wirst sehen, was für Aufgaben kommen. Ja, Dicke. Okay, Dicke, komm. Gleich kommen krasse Aufgaben. Ja, die ganze Zeit guckt, ob mich jemand anguckt, Alter. Dicke, jeder guckt mich an und guckt dann wieder so weg, weißt du? Zum Abschluss machst du noch eine lustige Sache, ja? Kennst du diesen Song von Katja? Ja, Bro, nochmal schminken? Ja, ja. Ich weiß, du willst. Ja, genau. Kennst du den Song? Ja, ja. So, Dicke, du gehst jetzt zu irgend so einem Typen hin, ja? Ja. Da sitzen sogar noch gerade zwei Leute. Vielleicht zu denen, ja? Zu denen gehst du. Ja. Und du singst diesen Song und nervst dich so ein bisschen, weißt du? Du sagst so, äh, ja. Diese, keine Ahnung, du nervst ihn einfach ein bisschen und singst diesen Song, okay? Ja, okay, kein Problem. Kein Problem. Okay, Dicke, mach, komm. Komm. Hau rein, Dicke, komm. Was? Immer? Immer. Tansen, trinken. Immer Spaß, tanzen, ruhig. Ich habe keinen richtigen Freund oder Freund. Okay, komm, Bruder, komm, Bruder, wir gehen. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Ja, ich gebe dir, Bruder, ja, ich gebe dir. Schrei von meiner Freundin, ich gebe dir die Telefonnummer. Katja, willst du eine Nummer haben von Katja Krasnitz? Weißt du? Ihr Song von meiner Freundin. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer von Katja Krasnitz. Es gibt viele schöne Stellen, weißt du? Katja Krasnitz. Okay. Du bist Bescheid, Leute. Ich habe Ihnen jetzt die Nummer gegeben von Katja Krasnitz. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Er kann sich auf jeden Fall melden. Katja Baby, nichts Böses. Ich habe ihn einfach irgendeine Nummer gegeben. Er hat geglaubt, dass es jetzt Katja Krasnitz ist. Ich habe ihm gesagt, dass meine Freundin und so. Auf jeden Fall. Am Ende hat er gerade eben noch gesagt, dass er mich zum Essen einladen will. Okay, Leute, ich würde sagen, diese Folge ist wirklich geil geworden. Ohne Spaß. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Sag mal, was du dazu. Ja, Mann, Dicke. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Die nächste Folge, wenn ihr mit Bestrafung sehen wollt, Leute, alle Hashtag Bestrafung reinschreiben, Leute. Ich fand die Folge schon geil, aber ich weiß einfach, ich weiß einfach, es wird noch geiler. Noch geiler. Und ich habe einfach Bock drauf. Wenn ihr Bock habt auf Bestrafung, nächste Mal schreibt Hashtag Bestrafung rein. Ich würde sagen, Leute, bei 1000 Likes sehen wir uns in einer neuen Folge wieder. Wenn es heißt, wenn du Berliner bist. Skis, skis, sku. Wenn ihr von der Arbeit kommt, wenn ihr von der Schule kommt, wenn ihr aus dem Klo kommt, wo ihr gerade Kappen wart und euch Videos angucken wollt, die euch unterhalten, die euch zum Lachen bringen, die euch aufs Ganze, jedes Mal was Neues mitgeben und zwar nur Schwachsinn, aber einfach Unterhaltung, dann abonniert diesen Kanal. Wenn ihr mehr von uns beiden wollt, wir beide sind natürlich sehr speckvolle Personen und wenn ihr mehr wollt, dann abonniert diesen kranken Kanal. Es wird nämlich kränker als krank. Oh shit, man. Oh yeah, oh yeah. Steven Jobs. Steven Jobs. What's up, bro? Hey, what's up, bro? What's up, bro? I like you, man. Abonniert, hallo, Snape TV.